Seit 100 Jahren geht es nun schon unter das Abendland. Zumindest ist dieses Buch hier, dem wir den Topos der Untergang des Abendlandes verdanken, nun vor 100 Jahren zum ersten Mal erschienen, Oswald Spenglers der Untergang des Abendlandes. Der erste Teil, der erste Band, erschien im letzten Jahr des Ersten Weltkriegs, 1918 in Wien. Nach dem Weltkrieg, der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, wie George Kennan sie nannte, haben natürlich viele Menschen das Gefühl gehabt, es geht etwas zu Ende. Die Krise des abendländischen Bewusstseins. Wenn Weltreiche wie Rom fallen können, dann kann es sicher auch unseres, das Weltreich der westlichen Kultur. Und immer wieder in der Zwischenzeit haben Menschen das Gefühl gehabt oder davor gewarnt, dass wir zerstört werden oder uns selbst zerstören. Bis heute. Zwei Bände also, über 1200 Seiten. Es geht um alles. Es geht um das Problem der Weltgeschichte, um Musik, um Völker, um Buddhismus, um Sozialismus, um Geld, Maschinen. Ein Panorama der Kulturgeschichte von den frühen Sumerern bis heute. Das Abendland geht unter. Das ist zum einen eine Zustandsbeschreibung, aber natürlich auch eine Prophezeiung. Noch steht es offensichtlich, das gute alte Abendland. Aber wie kann man als seriöser Wissenschaftler solche Voraussetzungen treffen? Spengler stellt sich jetzt nun die Frage, wie sehen andere Kulturen der Weltgeschichte aus? Und kommt zu dem Schluss, alle Kulturen der Welt ähneln sich. Und zwar in bestimmten Phasen. Das ist ihre Homologie, ihre Gleichförmigkeit. Diese Gleichförmigkeit zeigt sich in den Parallelen der Kulturen. Zum Beispiel gab es in allen Kulturen immer wieder große Feldherren. Napoleon war wie Cäsar. Cäsar war wie Alexander der Große. Oder es gab große Religionsstifter und Denker. Buddha, Mohammed, Christus, Sokrates. Es gab Zentren der Hochkultur. Das Florenz der Renaissance ähnelt dem Athen der Antike. Die Methode, die Spengler der Biologie entlehnt, nennt sich Morphologie. Man sieht sich die Gestalten und die Formen an. Nicht politische und historische Tagesereignisse machen die Logik einer Zeit aus und einer Kultur, sondern die großen Entwicklungen, die die Geschichte beeinflussen. Die Dynamik des Schicksals, wie Spengler das nennt. Weil die Ereignisse und Zeitperioden einer Kultur, die einer anderen Kultur widerspiegeln, lässt sich eine Form von Gleichzeitigkeit ableiten. So betrachtet sind etwa Pythagoras und Descartes Zeitgenossen, weil sich die Antike und die abendländische Mathematik in der gleichen relativen Zeitspanne innerhalb ihrer Kultur entwickelt haben. Ionische Kunst und Barock zum Beispiel finden zur gleichen Zeit statt. Der antike Bildhauer Polyklet ist ein Zeitgenosse Johann Sebastian Bachs. Auch die Städte Alexandria, Bagdad und Washington entstehen in diesem Sinne gleichzeitig. Und weil das so ist, kann man nun zu dem Ergebnis kommen, dass wir uns heute in einem ähnlichen Punkt befinden wie die Hochkulturen der Vergangenheit, bevor sie schließlich dahin siechten und zerstört wurden. Die moderne Zivilisation befindet sich in der letzten Phase ihres Zerfalls. Denn es gibt in den acht großen Kulturen, die Spengler aufzählt, stets den Ablauf von Frühling zu Winter, von Kindheit zu Alter. Diese acht Hochkulturen waren die babylonische, die ägyptische, die antike, die chinesische, die indische, die arabische und die aztekische und unsere abendländische Kultur. Und ihre Entwicklung ist immer gleich. Im Frühling entwickelt sie sich aus ihren mystischen Wurzeln und beginnt wie eine Blüte zu wachsen, zu Knospen zu wachsen. Man erkennt diesen Prozess beispielsweise in der Gotik oder in der Dorik, in der früharabischen Kunst und in den Werken der vierten Dynastie des alten Ägypten. Die Kultur wächst. Sie sucht ihren eigenen Ausdruck. Im Sommer und im Herbst hat sie dann die Zeit der Reife, dann werden die Formen strenger. Es ist eine Phase der gesteigerten Kraft des Selbstbewusstseins und der Vollendung. Diese Werke sind dabei aber nicht ohne eine gewisse Leichtigkeit. Die Frühformen, die waren verworren. Das verschwindet zugunsten klarerer Linien. Romanische Kirchen, die Hagia Sophia, die Bilder Titians oder die Musik Mozarts. Im Winter dann bäumt sich die gealterte Kultur noch einmal auf. Klassizismus, Romantik. Man sehnt sich nach vergangenen Epochen. Man kehrt zurück zu alten mythischen Formen, zu den spirituellen Wurzeln der Kultur, oft auch in einer Art zweiten Religiosität. An dieser Jahreszeiten-Analogie aber kann man schon sehen, nach dem Winter kommt wieder der Frühling. Die Weltgeschichte ist zyklisch. Sie ist nicht zielgerichtet, wie das Christentum oder wie Hegel es behaupten, sondern sie besteht aus einem steten Werden und Vergehen. Eine ewige Wiederkunft desgleichen, mit Nietzsche zu sprechen. Wichtig für Spenglers Theorie ist nun, die Kulturen berühren sich nicht. Es kommt nicht zu einem Austausch zwischen den Kulturen. Jede Kultur hat ihre eigene Weltanschauung, ihre eigenen Gesetze. Und diese Weltanschauung ist total abgeschlossen gegen die Weltanschauung einer anderen Kultur und aller anderen Kulturen. Wenn man in der einen Kultur beheimatet ist, dann kann man die andere nie voll und ganz verstehen. Wer denkt, er könnte ganz in eine andere Kultur eintauchen, der versteht nicht, dass er sie nicht versteht. Kulturelles Verständnis ist demnach eine Illusion. Das ist auch so, weil eben jede Kultur eine eigene Seele hat. Das ist eine Art Metaphysik der Kultur. Man spricht ja zum Beispiel von der russischen Seele oder von der deutschen Seele. Für Spengler ist die antike Welt zum Beispiel von einer apollinischen Seele beherrscht. Einer Kultur des Engen, des Kleinen, des Statischen. Antike Kunst ist die Kunst des nackten Körpers, der olympischen Götter, die Begrenzung von Formen auf der Leinwand. Politisch und auch geografisch ist sie gekennzeichnet durch die vereinzelten griechischen Stadtstaaten. Die abendländische Kultur dagegen ist die Kultur der faustischen Strebsamkeit, des Strebens. Abendländische Technik strebt vom gotischen Bauanturm bis zur modernen Industrie. Sie strebt nach Herrschaft über die Natur. Und in der Architektur haben wir die in den Himmel aufragenden Kathedralen des hohen Mittelalters. In der Malerei den gewaltigen Raum, der von Licht und Schatten gestaltet wird, wie bei Rembrandt zum Beispiel oder bei William Turner. Von besonderer Bedeutung, vor allem für den deutschsprachigen Raum, für den deutschsprachigen Diskurs, ist die Unterscheidung von Kultur und Zivilisation, die Spengler trifft. Kultur ist Seele, Zivilisation ist Geist. Griechenland ist Seele, Rom ist Geist. Die Seele der Kultur verwandelt sich in Geist und besiegelt damit ihren Untergang. Dieser Übergang fand in der Antike im 4. Jahrhundert statt und im Abendland im 19. Jahrhundert. Wir, also 1918, stehen genau am Ende dieser Entwicklung, vielleicht wir heute auch noch. Die Seele unserer Kultur ist zerfallen. Es gibt nur noch den Geist der Zivilisation. Sie ist kraftlos geworden. Zivilisation bedeutet vor allem Herrschaft der Städte. Sie sind die Keimzellen der Entartung. Was Rom für die Antike war, sind London, Berlin und New York heute, also 1918. Massenkultur, Massenmenschen, Geld regiert, Künstlichkeit, Dekadenz, auch im Politischen. Der Parlamentarismus ist für Spengler eine typisch kraftlose Erscheinung des Verfalls. Hinter den Fassaden des demokratischen Systems, das nur noch die Aufgabe hat, das Volk einzulullen und in Sicherheit zu wiegen, entwickeln sich dann die wirklichen Machtstrukturen. Der Cäsarismus. Die Macht verlagert sich auf eine bestimmte Gruppe oder eine Einzelperson. Das System des Parlamentarismus bleibt noch zum Schein intakt, so wie wir heute von einer Machtelite oder einem Deep State sprechen, denen die moderne Demokratie nur zum Vorwand dient, um ihre Machtinteressen auszubauen. Parlamentarische Demokratie ist für Spengler ein Deckmantel für formal legitimierte Herrschaft. Die Massen fallen darauf rein, die Elite herrscht aber schrankenlos. Die Kultur verwandelt sich dadurch zurück ins Primitive. Das Formvollendete wird in den Urzustand zurückgestoßen. Das Urwüchsige, das Grobe, das Gesetz des Stärkeren bricht sich Bahn. Die Welt wird beherrscht von riesigen Reichen, an deren Spitze dann ein Cäsar steht. Und die dann auch dereinst aufeinandertreffen werden, um die Vormachtstellung zu erringen. Riesige Superstates. Geht das Abendland also unter? So einen Cäsarismus heute im 21. Jahrhundert zu beobachten, das dürfte uns nicht schwerfallen. Die Massen haben die parlamentarische Demokratie weiterhin für das Beste aller möglichen Systeme gehalten. Aber in Wahrheit herrschen Korporatismus, Korruption, Lobbyismus und eine geheimnisvolle Machtelite. Was wir Spengler verdanken, ist die Idee, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es immer so weitergeht. Was einmal als zivilisatorischer Fortschritt erreicht wurde, das kann auch wieder zurückgedreht werden, wenn wir nicht aufpassen. Ja, sogar, dass sich unsere Kultur nicht auf ihrem Höhepunkt befinden muss, auch wenn wir das im Vergleich mit anderen Kulturen vielleicht denken oder früher gedacht haben. Der westliche Imperialismus, sagt Spengler, ist ein Ausdruck eines letzten Aufbäumens, bevor dann alles, das ist meine Deutung, ins chinesisch-indische Zeitalter übergeht. Wir leben unsere westlichen Werte nicht mehr formvollendet, selbstbewusst, im Vollbesitz unserer ganzen Kraft, mit ganzer Überzeugung, sondern sie sind nur noch eine Hülle, sie stehen nur noch auf dem Papier. Wir sind nicht stolz auf das eigene, im Gegenteil, Stolz ist ein Zeichen von Arroganz. Wir sind uns unsicher in der Erziehung unserer Kinder zum Beispiel, wir haben Angst, Leistungen und Disziplin zu fordern. Wir verteidigen unsere Werte nicht als universalistisch, weil wir das irgendwie für chauvinistisch halten. Wir sind Sklaven der modernen Kommunikationsmittel und der Technik geworden. Das ist auch etwas, was Spengler schon 1918 anspricht. Wir sind Massenmenschen. Die Wertschätzung der persönlichen Freiheit, des Eigentums, der Wert des Individuums, das sind nur noch Lippenbekenntnisse. Es gibt Zensuregesetze, es gibt Regulationen, es gibt Zwangskollektivierung, staatliche Eingriffe überall. Die Gruppe, die Gemeinschaft wird beschworen. Ein Rückfall ins Primitive? Diese Gedanken, die ich jetzt geäußert habe, wären sicher nicht im Sinne Oswald Spenglers gewesen. Spengler träumte sogar von einer konservativen Revolution, wie auch Ernst Jünger oder Karl Schmitt oder auch Thomas Mann. Nach dem Ersten Weltkrieg, ihnen schwebte ein autoritärer Staat vor, der von einer geistig-politischen Elite geführt werden sollte und der die deutsche Kultur von der englischen und von der französischen Zivilisation abgrenzte. Spenglers Idee für Deutschland war eher ein konservatives Staatswesen im Sinne eines preußischen Staates, im Geiste Preußens, wie er es im Dezember 1919 in der Schrift Preußentum und Sozialismus vertrat. Er sah 1918 schon eine russische Vormacht voraus, sowie einen Zweiten Weltkrieg. Er behauptete sogar, dass das Abendland deswegen eine Zeit des Cäsarismus benötige, die durch Technokratie, Imperialismus und Sozialismus gekennzeichnet sein werde. Also zudem waren für Spengler auch alle Kulturen untereinander gleichberechtigt. Eine Kultur des Individualismus ist demnach nicht besser als eine Kultur des Kollektivismus und auch nicht schlechter. Es gibt keine Geschichte der Menschheit und keinen Fortschritt der Menschheit zu einer besseren Welt, sondern nur eine Abfolge voneinander isolierter Kulturen, zyklische Abfolge. Wenn das Abendland verwelkt und abstirbt, dann wird eben etwas anderes erblühen. Für Spengler war das die russische Kultur, für uns heute erscheint es vielleicht die chinesische oder die indische Kultur, die ostasiatische Kultur zu sein. Ich denke, dass genau das so eine kulturpessimistische und kulturrelativistische Haltung der Auslöser für den Niedergang der eigenen Kultur sein kann. Wenn man in seiner eigenen Kultur nicht mehr das Absolute sehen kann, wenn man seine Werte nicht für universell hält, dann kann man sie natürlich nicht mehr mit voller Überzeugung und ganzer Kraft vertreten. Dann ist der Verfall nur noch eine Frage der Zeit. Und auch wenn das mit dem Untergang des Abendlandes sich nun schon eine ganze Weile hinzieht... Das war's für heute auf KaiserTV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne Unterstützer bei Patreon werden ab einem Euro im Monat oder ihr spendet ein paar Euro auf Paypal oder Bitcoin. Die Links sind in der Beschreibung. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut! Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018